Was für ein Bullshit Autsch, ich hab noch einen Painkiller, warte, ich kann noch, ich Ah, ich konnte wirklich noch WTF? Ich hab einfach Ähm, ich hab Fick dich Ich hab grad einfach nur draufgedrückt, so aus Spaß, aber Ich hatte noch eine Chance, danke So, eins, zwei Moment, komm schon Und zwei und drei und naja, geht schon Wir lassen uns mal so durchgehen Danke, weiter geht's It's max motherfucking pain Oh yeah Eins Danke Jetzt muss ich mich wenigstens nicht mehr auf die Suche machen Nach so einem Goldteil Stirb doch bitte, meine Güte Ich ziele auch wirklich beschissen So, Treffer und Treffer Und die Nummer neun geht down Das gibt keine rote Karte Fankiller, Fankiller, schneller, schneller Okay Weiter geht's Schön, dass ich so viel, dass ich so viel Bullet Time gerade hab, find ich gut Thanks for playing So Der nächste gewagte Sprung Und eins Ich hab dich nicht getroffen, oder? Bringt ja sehr viel, die Deckung, Luni Merkst du selber, oder? Norms Ha, 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 ha Ich kann auch sprinten, fällt mir gerade auf STRGL Bringt jetzt nicht so viel, aber man hat's mal ausprobiert Hier hinten, komm Das wäre das perfekte Versteck für irgendwas Spieleentwickler, please Komm Dann halt nicht Es ist eine sehr große Enttäuschung gerade Ich möchte dieses Spiel nicht weiterspielen, was? Nein Oh, wow Hier wartet doch jemand auf uns Unsere Painkiller Munition Zeug Kamera untersuchen Ob das jetzt, ob das jetzt so nett ist, ist jetzt die Frage Aber du wirst es wissen, so Da liegt viel Zeug Wusste ich's doch Ach, endlich mal wieder F, nicht E, Luni F Was bringen diese goldenen Waffen eigentlich? Ich sollte mal vielleicht überlegen, was Was es bringt, bevor ich die einsammel So ne Idee Ich bin jetzt nicht so nett, wenn ich mich nicht so nett Ich bin jetzt so nett, wenn ich mich nicht so nett Drei Zwei Eins Viel Spaß, Bitches Aber ich darf nicht Ich darf nicht, ja klar Zwei Drei Vier Fünf, sechs Fast volle Punktzahl Danke Ich sagte Danke Wenn ich sage Danke hast du dich zu verhalten Entsprechend du Affe Beleidigungskönig Spring Aua Optimal war was anderes So, warte mal Au, weg, 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 weg Samuel L. Jackson Is down Und splattert Wie immer alles voll Ekelhaft Nein Painkiller, please Steuerung läuft gerade optimal Ich merke das schon Dreck Kann ich was untersuchen Einen auf Detektiv machen Nein Nein Behind Hier bestimmt Bestimmt Painkiller Ne Tor öffnen Und Bild Okay Thank you for the information Ach, da war ein Painkiller Yes Sir Bring die immer unterschiedlich viel Oder bild ich mir nur was ein Ich weiß es nicht Could be Hier oben noch was Ah Wer ist der Finder Loni Naja Ne Loni tut nur so Bam Schön hingefallen Voll Auf die Schnauze Hat es jetzt Schaden gegeben oder nicht Weiß es nicht Naja Ihr wollt es Ihr kriegt es Der Rechte sieht aus wie R-Truth War mal WWE Wrestler Glaube ich As far as I know Ich hab keine Bullet Time mehr Ihr Wichser Ihr könnt mir alles nehmen Aber nicht meine Bullet Time Bullet for For my Valentine Dein Arch Nee Ist optimal gelaufen Digga Ohne du ey Stebb doch mal weg ey Ist nicht so schwer Kannst auch du Der nächste Arthruth Verschnitt Zack Nächster Hast du Bock oder was Oder hast du nicht so Bock Deine Granate kannst du in deinen fetten Arsch schieben Alter Ich hab's gesehen Da hinten Da hinten Meiner Und ist es Irgendwas anderes Ich hatte zuerst die Befürchtung Nachdem ich Teil 1 und 2 hintereinander gefunden hab Von dieser Mikro SMG Keine Ahnung Dass alle 3 hintereinander sind Aber es scheinbar nicht so Oder ich hab wieder einen verpasst Was irgendwie peinlich wäre Some way would be peinlich Kann ich da rein? Ne Kann hier rein? Ja Plan Achso Ich musste sie erst hüten Okay Entschuldigung Dass ich irgendwas gefragt habe 1-0 So Was ist jetzt Was ist Sagt der Plan Kann er sich gleich Ein Abzeichen Empfohlen Da war ein Painkiller Ne? Ja Boah Hilfe Also Entweder ich sollte was trinken Oder mal langsam Schluss machen Beide Optionen sind Ziemlich schwer zu verwirklichen Weil mal trinken Ich weiß gar nicht Wo ist denn das? Warte mal Kurzer Blick Take a look around Okay Steht aus Aber Reichweite Also ist es nicht wichtig Was ist denn hier noch? Hinweise Unbekannt Unbekannt Ich hab zwei verpasst Okay schade Goldene Waffen Oh Einer noch für die Bullet Time Einmal noch Schmerzmittel Komm Schmerzmittel Machen wir gleich Yes Mal schauen Ob das irgendwas bringt Der Erfolg Oder ob es einfach nur so da ist Für das Gefühl I've got a feeling Oder was Wie du den Abschwung gemacht hast Ist mir wirklich auch mal interessiert Mr. Maximum Pain So Next one Er Du tauchst auf Und unter Ach schade Ich dachte Das ist entflammbar Mist Deine Granate Kannst du immer noch In deinen Arsch schieben Okay Thanks for playing With Max Payne Scheiße Ah Ich werd echt Viel zu unvorsichtig D-d-d-d-d Ne Loni Merkste Viel zu unvorsichtig Das ist schlimm Autsch Und los Okay Wie wär's damit Loni Wir gehen einfach mal Gesittet vor Und ficken nicht einfach Alles weg Was im Weg ist Wie wär's damit Autsch Aua Ich bin gleich tot Aber egal Äh Painkiller Hallo Ich glaub Ich hab grad Lehrgeld gezahlt Bäm 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 Wichser Take this bitch Wo seid ihr Das hätt ich nicht tun sollen Oh Das hätt ich nicht tun sollen Scheiße Ja ach Dreck Ah man Okay Eins Das ist ja kein Problem Ja Soweit Ist ja noch alles normal Ihr Kinder Dürf ich nochmal Hier vielleicht irgendwo Nein Waffe mitnehmen Gut Warum hab ich eigentlich Keine Ähm Was Warum hab ich eigentlich Keine Granate That would interest me Dich treff ich doch Komm schon Danke Oder hab ich Granaten Bin ich nur zu blöd Warte Jetzt kann ich gleich mal gucken Einstellung Steuerung Tastatur Okay Bullet time Okay Okay Mhm Granaten Auf der 5 Danke 5 Ey du hast falsch gemacht Bin ich blöd Ich sollte die Frage nicht stellen Aber trotzdem Modul wechseln B Waffe aufnehmen F Okay Never do it Schneller Granatenwurf Mittel Okay Ja Okay Ich hab keine Granaten Feststellung Weil die Mittel Im Austausch Funktioniert nicht Und los Tschüss Du R-Truth Verschnitt Nummer 217 Das war knapp Nächster 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 Wenn ich jetzt Laut singen würde Wär es Max Volume Haha Weil Max heißt Maximum Und Naja War witzig Ich weiß Granate Granate Für den Arsch Ähm Moment Ich hab die alle gekillt Mit so einer Feuer Entzündlichen Feuer Entzündlichen Merkst du selber Ne Mit so einer Hier So der war lecker Granate hab ich nicht Schalldämpfer Oder was Okay Schalldämpfer Lecker Lecker Immer noch Immer noch Ich hab einen Painkiller Ist ja auch nicht Immer noch Hatte ich einen Painkiller Ist ja auch nicht Ich bin auch Ach komm schon Was ist denn das Letzter Versuch Und dann beende ich Das ist ja schlimm Das hält ja Keiner M Kopf aus Haha War ich ihm Im Kopf Naja egal Ist ja jetzt auch Nicht so wichtig Luni Eins Ich hab zu wenig Bullet time Das ist ein Signifikantes Problem Läuft Läuft Okay Na wo bleibt Ihr Wichser Eins Zwei Komm schon Das ist doch jetzt Nicht notwendig Kinder Wir wollen doch Alle nur Unseren Spaß Haben Nein 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 So Alle nur Unseren Spaß Haben Das war schlecht Scheiße Ich werd so sterben Das hat sich damit dann auch erledigt Ach komm ich mach's nächstes Mal Dann ich bedanke mich einfach Dass ihr dabei wart Alle jetzt hier so Wir haben uns hier versammelt Äh Um äh Möchten sie die Braut küssen Luni Ja Möchten wir machen Probier's halt das nächste Mal nochmal Ich komm voll weit runter mit meiner Stimme Ich weiß Zwinker Zwinker Ist ja auch egal Dann vielen Dank dass ich dabei war Hat Togaloni gesagt Bis zum nächsten Mal mit Max Payne Und Ciao Ikowski Weiß ich auch nicht Egal Ciao